Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Einfach mal so das Verfahren ein bisschen antesten. Wir spielen War Thunder. Und ja, War Thunder ist ein Flugzeug-Schlachten-Simulator, wo es jetzt auch halt Panzer gibt. Nur zuerst probieren wir das mit den Flugzeugen aus, dann kommen vielleicht ein paar Folgen noch mit Panzern. Und ja, so zwischendurch macht das Spiel eigentlich mega Laune. Also es ist ganz lustig, so zu spielen. Nur hin und wieder halt ein paar Frame-Einbrüche. Äh, kann man verkraften. Ich glaube, jetzt hat sich das Ganze stabilisiert. Äh, auf jeden Fall. Ja, jetzt gerade haben wir den Spielmodus, dass man hier die Basen einnehmen muss. Da bin ich eigentlich noch ein kompletter Noob drin. Ich bin generell nicht so wirklich Premium in dem Spiel. Ich, äh, knall einfach die Gegner ab. Das Flugzeug, was ich gerade fliege, habe ich mir gerade neu gekauft. Ich weiß noch nicht wirklich, was es genau kann und ob es gut ist oder ob ich es im, äh, in meinem Loadout da drin lasse. So, auf jeden Fall hole ich mir jetzt den hier. Aber noch, ist ich so mal getroffen? Ja, okay, kommen wir jetzt hier. Ah, das ist so ein Bomber, so ein, das größte da. Aber ich habe noch mal einen Mann getroffen. So, zack, noch mal getroffen. Kommt noch ein Treffer. Uh. Und ich finde halt, Warthunder hat eine relativ geile Grafik. Auf jeden Fall das, das Schadensmodell von den Flugzeugen und so. Das finde ich mega cool. Oh, scheiße. Ja, da habe ich zum Beispiel jetzt, da links die Anzeige sieht man, ich habe mir den linken Flügel etwas, äh, retuschiert und halt, das, die Mitte. Ein rechter Flügel ist auch schon, oh, ja. Gut, das war mein erstes Flugzeug, was abgeschossen wurde, leider ohne Kills. Aber ich glaube, jetzt nehme ich mal mein, mein Schlachtschiff hier. Das braucht nur wenige Schüsse und schon ist der Gegner hinüber. So. Das war mein Lieblingsflugzeug bis jetzt. Hat auch Bomben und das, und so weiter. Und hat auch noch so, so Flak-Geschütze, die eigentlich nur die, äh, die, die, die Flak-Geräte schießen. Ähm. Und damit ist ein Gegnerflugzeug eigentlich sehr schnell kaputt. Wenn ich es richtig treffe. So, den. Uh, das sind gleich drei. Ob ich es irgendwo kriege? Komm, den hole ich mir jetzt. Oh, der geht jetzt auf mich, der eine. Ich weiß nicht, ich hole mir jetzt den da hinten. Ach, scheiße. Nein, der hat mein Flügel zerstört. Scheiße. Nicht ab... Nein. 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 Ah, fuck. Oh, jetzt ist mein... Okay, die Runde ist echt scheiße. Es ist, äh... Natürlich so, die erste Runde, äh, total kaputt. So, jetzt aber. Jetzt ein bisschen Konzentration. Aber eigentlich mag ich auch den Spimos nicht. Der wird, glaube ich, immer random ausgewählt. Und den finde ich jetzt nicht so geil. Ah, der brennt schon. Das ist, glaube ich, auch kaputt. Ja, nix da Tempo verringern. Wir machen das jetzt hier. Okay, doch vielleicht ein bisschen. Abschusshilfe nur. Naja. Oh. Ah, getroffen. Uh, komm schon. Nochmal getroffen. Ah. Scheiße, jetzt muss ich nachladen. Egal, den verfolge ich jetzt weiter. Drei gegen ein. Müssten wir ja eigentlich hinkriegen. Ach, du Scheiße. Ja, auf jeden Fall ist der aber jetzt kaputt. Und wir holen uns den nächsten. Den hier. Ja, wie gesagt, für so zwischendurch mal... Äh, ist das Spiel eigentlich ganz lustig. Ah, den holen wir uns. Mal ein bisschen langsamer jetzt. Und jetzt voll drauf. Ah. Okay, Treffer. Kritischer Treffer. Komm schon noch weiter. Noch ein Treffer. Geh drauf. Wir haben den Fluglopfeil genommen. Jetzt muss wir ihn auch halten. Ja. Ah, nur Abschusshilfe dieser Wichser, der sowieso schon am Brennen war. Ah. Keine Kürz für mich. Scheiße. Jetzt werde ich auch noch angeschossen. Und habe einen Flügel verloren. Oh. Hehe. Ah. Ich spüre die Länge. Landung. Das nenne ich mal eine Landung. Oh, scheiße. Ah gut, mein letztes Flugzeug. Ich hoffe, das hält auch ein bisschen aus. Aber zwei Plätze haben wir eingenommen. A und B. C gehört den Gegnern. Ich weiß auch gar nicht. Ich habe mal... Ich wusste mal, wie ich hier meine Räder ausfahre und wie ich dann auch lande. Nur das, äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Wenn ihr es wisst, schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Oder ich gucke einfach in die Controls rein. Und das sind so viele. Da suche ich mich ja ewig tot. Oh, Hassan. Oder? Ja, Hassan. Heißt der. Hassan. Ratatatatatata. Wow. Oh. Schon wieder nur Abschlusshilfe. also ich bin ziemlich weit unten wir fahren die jungen sie zerstört und ja nur ein bisschen beim linken flügel abbekommen ja der ist auch kaputt treffer 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 da muss ich wieder nachladen kacke der darf jetzt nicht oh abschlusshilfe ok gut jetzt ein bisschen an tempo gewinnen und weiter geht's ja den hole ich mir wenn ich ihn bekomme oh nein ich brenne oh scheiße nein ok ich habe jetzt noch zu landen mal schauen bruchlandung hey keine punkte für landen das ist ja scheiße ja wo ich auf dem kopf gelandet bin habe ich natürlich punkte bekommen ja das war jetzt auch das letzte flugzeug ah jetzt könnte ich dir noch hier weiter zugucken du hast die mission bereits was na gut damit cool aus ja keine explosionen oder so was ganz coolen leuten zu gucken warte mal gut ausblenden wie in so einem film haha wie geil aber der trifft ja gar nichts der junge ok fast so wie ich oh da hat er getroffen naja dann bedanke ich mich fürs zuschauen und äh ja das war die erste folge von war thunder und ich hoffe es hat euch gefallen wenigstens ein bisschen äh wenn ja oder wenn nein lasst einen kommentar da wäre es ziemlich nett von euch und ja haut rein haut rein in dem den sind und und das